Hallo, also heute begrüßen wir ein neues Mitglied. Hallo, bitte stell dir sich vor. Hallo, mein Name ist Lerau. Hallo, Lerau. Und was ist dein Problem? Ich seh nicht. Okay, jetzt mal reden wir mal, was habt ihr so letzte Woche so erfahren? Was ist euch zugestoßen mit euren Problemen? Bitteschön. Ja, also, mein Name ist Ticke Mick und letzte Woche bei meiner Begegnung mit Ellen hat er mir den Hut vom Kopf geblasen. Hallo, mein Name ist Lavi. Ich seh auf meinen rechten Augen nichts, hab mir Augenklappe und weiß nicht mal warum. Ich kann es einkaufen gehen und ich kann nicht lesen und ich kann gar nichts machen, wenn ich nicht lebe. Ich hasse meinen Hut auch. Es ist schrecklich. Ich hab eine Alergie gegen Erdnüsse. Ich denke, ich glaube, ich Erdnüsse esse, um es zu merken. Es ist schrecklich. Du, sag schon. Schau dich. Mit dieser dummen Kaputze habe ich kann da letztens nicht mal hinten kommen sehen. Gut, also, ich hab für euch ein gutem Amtrecht. Wirklich? Ja, wir haben eine Lösung für euer Problem. Wirklich? Ja, also, mein Elm. Ja. Na, wunderschöne Hut, da habe ich nichts runterfallen. Immer oben sitzt und man rechts immer das sieht. Dann kann ich sehen, wenn ich Erdnüsse esse. Ja. Ja, und ich kann lesen. Ja, und ich kann keine von hinten kommen sehen. Äh, ja. Jetzt im Angebot. Nur 100 Euro. Und eine zweite, dazu 15 Euro. Das hört sich ziemlich kreisgünstig an. Ja, man kann es sogar recyceln. Wow. Wer will noch einen? Ja, ich. Das ist eigentlich Lovatiker. Okay, kusen. Okay, wunderbar. Das Geld, bitte. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Äh, das Geld. Dankeschön. Na gut, viel Spaß noch mit deinen Rücken. Dankeschön. Du blöden Pöpel. Okay, viele Schweine. Lass euch hören. Wo ist denn du hin? Was ist denn da? Was ist das? Das ist ja die volle Abzocke. Uh, ich seh den Kasten. Zu nett und spinnen am Wiener Flohmarkt. Zu doku. Zu doku. Lass dich. Ein lachter Mensch. Guck mal. Na klar, na klar. Moment mal, das ist ja eine Frau. Ihhh. Ha, der hat uns voll abgezockt. So ein Schwein, den holen wir uns. Na klar. Ui, 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 ui. Vielen Dank.